Ist da jemand? Wow! Weg mit dir! Stopp! Ja, Mann! Ähm, Leute, warum höre ich so ein komisches Lachen? Was soll das? Wow, 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 wow! Warte mal, was ist... Hallo? Hä? Leute, in der letzten Folge haben wir doch gesehen, das war Momo in diesem Auto. Und damit würde ich sagen, Leute, yo, Leute, was geht ab? Willkommen zu Part 2, Leute, von Momo in GTA 5. Was ist hier gerade passiert? Wir hatten gerade diese Kreatur in unserem Auto. Wo ist sie jetzt hin? Ich sehe nichts. Und auch kein Lachen. Naja, egal, Leute. Wir gehen zurück nach Hause. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwie so eine Art Momo-Fluch getriggert haben. Aber, ja, so wie es aussieht, wir gehen jetzt erstmal nach Hause, weil das war wirklich eine krasse Episode, Leute. Falls ihr die erste Folge davon nicht gesehen habt, dann schaut sie euch unbedingt an, Leute. Lasst natürlich gerne ein Like da, Leute. Falls euch diese Serie bisher gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, smash also gerne den Like-Button, Leute. Dann wird auch Franklin hoffentlich wieder schlafen können. Und abonniert auch gerne den Kanal, Leute. Wir sind kurz vor. 1,11 Millionen Abonnenten. Wie gesagt, eine PS4-Verlosung wird es dann geben und noch viele coole Sachen. Je schneller wir die Abonnentenzahl erreichen, desto mehr Preise wird es gewinnen. Also, abonniert gerne den Kanal. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, fahren wir mal hier rein und gehen dort rein. Boah, ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dieses Auto mitzunehmen. Wir gucken mal, Leute. Ist das vielleicht jemand im Kofferraum? Wir schauen mal nach. So weit? Nein. Also, es ist niemand in diesem Auto. Momo ist auch nicht hier drin. Puh, okay. Also, sieht aus, als hätten wir tatsächlich Glück gehabt, oder? Oh, dann gehen wir mal nach Hause, nicht wahr? Okay, komm schon. Boah, Leute, wirklich. Ich weiß nicht, das war keine gute Idee, dass wir da jetzt uns einmischen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Bitte. Kein Stromausfall. Nee, bitte nicht. Komm. Ist die Sicherung wieder rausgefallen? Oder was ist das? Jo, ich sehe sie. Ich sehe Momo schon wieder. Momo? Wo sind meine Waffen hin? Ich kann mich nicht verteidigen. Momo! Boah, ich sage dir, nein, ich mache dich jetzt. Wo ist sie jetzt schon wieder verschwunden? Ja, perfekt. Ich höre, ich höre ihr lachen. Okay. Ich glaube, es hat irgendwas mit diesem Auto zu tun. Ich muss es zerstören, aber ich habe nichts. Ich kann das Auto nicht einfach so zerstören. Wir fahren es weg, Leute. Wir fahren dieses Auto weg. Also, ich bringe es weit weg von meinem Zuhause. Irgendwas ist mit diesem Auto, Leute. Seitdem ich in das Auto eingestiegen bin, nur noch sehe ich Momo. Es ist einfach verflucht. Wir bringen es weg, wir zerstören es und wir machen das irgendwie kaputt. By the way, Leute, hält euch das gerade auch irgendwie auf? Irgendwie wirkt es hier ziemlich leer. Wo sind die ganzen Menschen? Hallo? Wo seid ihr denn alle? Oh, nein, ich stecke fast fest. Oh, perfekt. Nice. Jetzt regnet es. Da kann ich mir den Nachhauseweg ohne den Regenschirm sehr, sehr bequem machen. Ja. Okay, wo ist die nächste Tankstelle? Dann zerstören wir dieses Auto. Da ist sie. Oh, Momo, ich werde dir dein Lieblingsauto jetzt zerstören. Was sagst du dazu? Ein bisschen und jetzt Vollgas. Wow! Ey, das sollte eigentlich explodieren. Ach, Dreck. Okay, dann gehen wir einfach. Ähm, äh, Leute? Ist das normal, warum der Himmel jetzt so grün ist? Ey, Momo, kannst du damit jetzt bitte aufhören? Bro, das ist, das ist gar nicht cool. Das ist, das ist überhaupt nicht nice. Franklin, alles, alles mit dir? Franklin? Franklin! Oh Gott. Wo sind wir hier? Hä? Kann ich durch Wände sehen? Warum sieht das so aus? Hey. Oh, nein, 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 nein. Da ist es, Leute, schon wieder Momo. Momo, du lässt mich jetzt gehen, okay? Wirklich. Ich wollte, ich wollte nicht, ich wollte in dieses Haus nicht rein. Ich wollte dich nicht, äh, irgendwie verstören oder so etwas. Oh Mann, ich kann dich nicht mehr, Leute. Ah, das gibt's nicht, ey. Ich hab sie doch besiegt. Ich hab's doch gesehen. Du hast keine Chance gehabt. Momo nicht aufhalten können. Okay? Also ich kann dich nicht aufhalten. Bist du dir da so sicher? Du hier bleiben. Ähm, okay, was, und was machst du jetzt? Ich, Los Santos, erobern. Ähm, ja, okay, dann, dann bitte viel Spaß. Weiß nicht, was du bitte schon machen willst, aber sie kann viele Sachen machen. Sie kann das Wetter beeinflussen. Ihr habt's gerade gesehen. Es war einfach grün. Aber ey, kannst du mich vielleicht wenigstens so rauslassen? Ich meine, hey, was soll denn das? Ich muss hier raus. Hey, Momo, bitte. Ich muss hier raus. Aha, irgendeine Möglichkeit muss doch geben, Leute. Können wir nicht vielleicht durch die Tür gehen? Das sieht nicht aus, als wäre das geschlossen, oder? Wir könnten doch vielleicht, Leute, durch diese kleine Klappe... Wir probieren's mal. Gehen wir durch. Yes, es hat funktioniert. Okay, nice. Alles klar. Also wir müssen jetzt aus diesem komischen Irrenhaus, wo auch immer wir gerade sind, es schaffen, rauszukommen. Wie machen wir das? Ich glaube, Leute, wir müssen uns hier entscheiden. Wir dürfen jetzt nicht zu viel falsch machen. Gehen wir... Oh, nein. Oh, nein. Nein, 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 nein. Gehen wir durch das Loch durch? Oder gehen wir hier rein? Da ist auch noch ein Loch. Okay, wir müssen diese Situation jetzt ganz genau beobachten, denn, Leute, ich glaube, hier steht's... Oh, Mission, entkomme, ohne von Momo entdeckt zu werden. Okay, wir müssen jetzt also aus diesem Ort entkommen, ohne dass Momo uns sieht. Denn wenn wir es schaffen, Leute, können wir vielleicht schaffen, die Pläne von Momo, was auch immer sie geplant hat mit Los Santos, ich meine mit der Eroberung, können wir es vielleicht schaffen, diese Pläne zu durchbrechen. Komm, Franklin, gehen wir... Ey, tue ich gerade nur so, oder warum können wir... Wupp, okay. Okay, jetzt sind wir unten, alles klar, Leute. Keine Ahnung, wo sind wir genau? Okay, ähm, ja, da wären wir rausgekommen, wenn wir durch das Loch gegangen wären. Ist das die richtige Entscheidung gewesen? Oder dürfen wir da nicht durch? Wenn wir durch das Loch gehen würden, würde uns, wenn da jemand wäre... Okay, ähm, ich bin vorsichtig, Leute. Ich bin vorsichtig. Also, wir dürfen keinen großen Krach machen. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich muss, glaube ich, mich durch die unteren Geschosse durcharbeiten, bis wir dann am Ausgang angekommen sind. Dieses Haus kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, ich weiß nicht mehr, wieso. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, als würde ich wissen, wo der Ausgang ist. Äh, hier geht es nicht mehr durch. Ich weiß jedenfalls, dass es einen Ausgang gibt, Leute, mit mehreren Wegen. Also, wir können hier nicht durchgehen. Da scheint Momo zu sein. Wir müssen also versuchen, uns da ran zu schleichen, ohne dass sie uns hört. Mit diesen Hühnerfüßen, was auch immer das für Füße sind. Hier. Da, Leute. Da ist ein geheimer Weg. Da gehen wir mal durch. Oh mein Gott. Okay. Was ist das? Äh, okay. Wir gehen langsam durch, Leute. Ähm, ich glaube, Lüftungsschacht. Nein, Alter. Da ist Momo. Ich sehe ihr Gesicht. Das ist vielleicht die richtige Idee. Sollen wir nicht noch mal zurückgehen? Leute, wir probieren einiges aus. Wir versuchen, dass sie sich umdreht. Und dann, das ist eine gute Idee. Also, wir versuchen, Leute, dass sie sich umdreht. Dazu muss ich hier vielleicht irgendwie versuchen, Krach zu machen. Wir haben nichts, Leute. Ich habe gar nichts, um irgendwie ein Geräusch zu machen. Komm, wir probieren es. Warte mal kurz. Quatsch, sind das Bälle? Okay, sie sieht mir aus nach Poké-Bällen, aber machen die Geräusche? Ich weiß nicht. Wir probieren es. Okay, wir werfen den Ball jetzt einfach. Und hoffentlich dreht sie sich dann um. Alles klar, wir drehen den jetzt. Und, huah, alles klar. Das hat sie safe gehört. So, bewegt sie sich jetzt? Ich weiß nicht. Sie hat es wahrscheinlich gehört. Okay, Leute, jetzt. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Jetzt, die guckt sich das an. Alles klar, Leute. Wir schleichen uns jetzt hier raus aus diesem verrückten Haus. Und da geht es runter ins nächste Erdgeschoss. Okay, bloß keine quietschenden Treppen. Bitte keine quietschenden Treppen. Okay, alles gut. Alles bisher gut. Ich glaube, da geht es direkt runter in die nächste Etage. Okay, wir müssen runter, Leute. Wir müssen jetzt runter. Okay, hier geht es weiter runter. Ich glaube, das ist der Keller. Sieht mir nach einem Keller aus. Das ist so ein typischer Momo-Keller. Okay, what? Was ist das denn? Gut, dass ich mich Momo nicht weiter gefangen gehalten hatte. Ich glaube, das Gefängnis war die harmloseste Art, wie man mich einfängt. Okay, raus. Raus, 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 Leute. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Weißt du? Wow, okay. Das scheint ein Tunnel zu sein. Ich glaube, der bringt uns hier raus. Leute, ich glaube, das ist der Ausgang. Okay, mal gucken, wo wir am Ende landen. Let's go. Oh, wir sind in der Kanalisation. Oh, wir sind jetzt also hier. Okay, also wenn ihr wissen wollt, Leute, was hat sich in diesen Gitterstäben immer dahinter befindet. Jetzt wissen wir es. Momos merkwürdiges Haus. Ein merkwürdiges Haus, was sich da befunden hat. Okay, dann würde ich sagen, wir hauen jetzt ab, Leute. Ich gehe jetzt raus aus diesem Haus. Es ist Horrorhaus. Ich muss hier weg. Ganz schnell weg. Nein. Jetzt ist hier auch noch der Strom. Aus. Ich muss hier raus. Leute, es ist so gruselig. Die Kanalisation ohne Strom. Oh mein Gott, ist das creepy. Wenn jetzt Momo aus dem Nichts kommen würde. Oh, ich hoffe nicht. Aber immerhin ist es relativ hell da oben. Es ist okay. Der Mond scheint. Es ist alles schön. Wow. Warum sind hier so viele Autos? Cool. Macht ihr ein Autorennen oder so? Fasten Fibers Teil 10 oder so? Dreht ihr hier schon den 12. Film? What? Der ist einfach verschwunden. Hä? Was passiert hier gerade? Habt ihr es gesehen? Wo sind die Autos verschwunden? What? Ähm. Irgendwas ist komisch mit dem Spiel. Es verhält sich ganz anders als noch gerade. Der Stromausfall ist auch noch in der gesamten Stadt. Na super. Okay. Also Leute, es sieht aus, als hätten wir diesen Fluch immer noch nicht gebrochen. Es scheint irgendwie noch weiter zu gehen. Was passiert hier in der Map? Niemand ist hier. Ist das ein Traum? Okay. Ich glaube, es wird langsam Tag. Aber. Ich sehe da ein Auto. Nice. Yo. Da ist jetzt wirklich wieder ein Auto. Ist da Momo drin? Nein. Oh, okay. Äh. Da sind noch mehr Autos. Okay. Ähm. Weirder Welt. Was? Weißt du was? Geben sie mir das Teil. Was? Okay. Ähm. Irgendwie scheint das Spiel immer mehr weirder zu werden. Immer komischer. Aber es läuft. Hey. 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 Was? Was passiert gerade mit meinen? Was? Was mit meinen Raumschiffen? Hey. Moment. 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 Oh mein Gott. Wait. Ich kann es gar nicht steuern. Ich kann es überhaupt nicht steuern. Stopp. Was mache ich da? Ich kann es nicht bremsen. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Was ist hier los gerade? Was ist? Leute. Oh. Oha. Yo. Der fliegt ja einfach. Leute. Irgendwas passiert gerade. Momo hat irgendwie wieder ihre Finger im Spiel. Aber ganz anders. Wait. Eine Sache muss ich... Oh. Jetzt sind meine Sachen wieder weg. Nice. Was passiert hier gerade? Hä? Okay. 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 Ähm. Ihr könnt wieder landen. Yo. Ihr könnt wieder landen. Ich will es nur mal gesagt haben. Sorry. Wow. Hä? What the... Nein. 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 Ey. Ey. Yo. What's going on, Leute? Was passiert hier gerade? Oh mein Gott. Lande. 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 Warum fliegen denn jetzt alle Autos in die Luft? Oh mein Gott. Yo. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ey. Da ist sie. Ey. Da ist Momo. Du machst das jetzt wieder rückgängig. Momo. Du machst das jetzt wieder rückgängig. Ich hau dir jetzt eine rein. Los. Komm. Auf Momo drauf. Komm schon. Boah. Was passiert hier gerade? Weg damit. Schluss. Aus. Und mit diesem Effekt. Was? Yo. Die wird immer schneller, Alter. Einfach auf Waschprogramm, Leute. 5000 Umdrehungen. What? Ah. Leute, das ist mehr als gruselig gerade. Warum gehst du in die... Äh. Äh. Ich verstehe hier nichts mehr. Jetzt ist sie plötzlich in die Luft geflogen. Oh mein Gott. Seht ihr das Flugzeug da hinten? Guckt euch das mal an. Es fliegt einfach und es... Es fällt oder fliegt. Ähm. Ich weiß nicht, was es macht, aber es sieht aus, als würde dieses Flugzeug gerade irgendwie schweben. Wie so ein Planet. Alle Autos schweben. Was passiert hier? Okay, Momo. Wo bist du jetzt hin? Momo? Die ist da oben, oder? Ich kann sie nicht mehr sehen, Leute. Macht es wieder rückgängig sofort, Momo. Oh. Wow. Okay. Ähm. Das ist jetzt nicht lustig. Das ist... Oh. Au. Aua. 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 Hilfe. Was ist das? Alter. Haben wir gerade eine höhere Schwerkraft, oder was ist es gerade? Wow. Au. Alter, ist die Schwerkraft groß. Die ist gerade riesig. Wenn hier irgendwelche Flugzeuge sein sollten, ich glaube, die könnten es nicht schaffen, hier zu fliegen. Momo, bitte hör auf mit diesen komischen, weirden Effekten. Ich muss sie irgendwie versuchen aufzuhalten. Irgendwas muss es doch geben. Was passiert hier? Was passiert hier mit dem GTA 5? Halten sie kurz an. Halten sie mal eben an. Okay. Joga da. Ah. Nein. Au. 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 Leute, die Schwerkraft ist einfach so hoch, dass das Auto sich nicht mehr auf den Boden halten kann. Bleiben sie stehen. Sofort. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Leute, ich muss... Au. Okay. Dann gehen sie ruhig. Gehen sie. Fahren sie weg. Fahren sie weg. Bitte. Fahren sie weg mit diesem Auto. Oh. Ich glaube, es ist wieder normal. Puh. Okay. Aber wo ist jetzt Momo hin? Meine Güte. Die scheint alles mit Los Santos zu machen, was sie gerade will. Wow. Was ist das für ein gelber Punkt? Was ist das für ein gelber Punkt da hinten? Ähm. Der kommt mir gefährlich nah. Was ist das für ein gelber Punkt? Leute. Ich bin verwirrt. Hallo. Ah. War das Momo? Oh mein Gott. Das ist Momo. Okay. Ähm. Ich würde gerne angreifen, aber ich habe nichts zum Angreifen. Ich kann nichts machen. Oh. Nein. Oh mein Gott. Ist sie gefährlich. Leute. Wie gefährlich ist sie bitte? Okay. Wo können wir vielleicht reden? Ich meine. Ich bin nur in ein Haus gegangen. Du musst dich ganz Los Santos erobern. Oh nein. Bitte. Bitte. Nein. 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 Stopp. Stopp. Hör auf. Was sollte das gerade Momo? Oh. Perfekt. Nice. Jetzt ist es wieder dunkel und ich bin wieder alleine. Cool. Ja. Sehr nice Momo. Momo. Also ich kenne dein Spielchen. Ich werde dich schon irgendwie aufhalten, bevor du Los Santos komplett zerstörst. Ähm. So. Was machen wir jetzt, Leute? Was machen wir? Ich habe immer noch keine Waffen. Ich kann mich immer noch nicht verteidigen. Und Momo scheint mich schon wieder auszulachen. Ja. Danke für das Lachen. Ich werde schon irgendwas finden, Leute. Irgendwas finden, um Momo aufzuhalten. Ah. Super. Guck mal. Da ist sie ja. Schön. 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 Sehr schön. Sehr schön. Äh. Yay. Hast du dich gerade teleportiert? Das ist, das ist nicht gut. Ich gucke jetzt einfach mal. Okay. Ähm. Momo. Kannst du jetzt bitte, bitte weggehen von mir oder sowas? Warum denn deportierst du dich? Okay. Komm. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Boom. Habe ich dich jetzt erledigt? Oh nein. Sie lacht mich weiter aus. Sie lacht mich weiter aus. Okay. Dann gehen wir, Leute. Wir gehen. Ich will nichts damit zu tun haben. Nein. 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 Ich gehe raus. Ich. Wirklich. Ich. Nein. 25 People. Lauf. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Wie viele von denen sind das? Oh. Nein. 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 Hilfe. Okay. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Guckt euch mal an, wie viele Movos mich gerade jagen. Oh. Nein. 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 Alter. Hier mit euren Hühnerfüßen. Ihr seid aber langsamer als ich. Oder kommen sie näher? Ich glaube, sie kommen näher, Leute. Hilfe. Nein. Ich will das nicht. Ich muss hier weg. Ich muss hier irgendwie. Können wir über die Brücke? Das ist zu gefährlich. Oh Gott. Leute. Wie viele von denen verfolgen mich gerade einfach so auf einmal. Und ich habe nichts, mit dem ich sie angreifen kann. Ich muss es irgendwie schaffen. Gibt es hier nicht irgendwas, was ich benutzen kann? Irgendeinen Emanation, der in der Nähe ist? Ja. Wahrscheinlich habe ich gerade Zeit, um in eine Emanation reinzugehen. Aber ich glaube, es muss hier noch einen geben, Leute. Irgendwo hier war doch einer. Ich gucke mal auf der Map, Leute. Wo war hier ein? Oh mein Gott. Zwei Blöcke weiter. Kommt, Franklin. Weiterlaufen. Bloß nicht nachgeben. Ja. Momo. Schön, dass du lachen kannst. Ich habe nämlich gar nichts zu lachen, Leute. Was ist das? Das ist übelst gruselig. Okay. Da ist ein Auto. Aber wir haben nicht genug Zeit, um in ein Auto einzusteigen. Sie würde uns sonst einholen. Hier muss es sein. Oder war das noch ein Block? Es war noch ein Block weiter. Wir nehmen eine Abkürzung, Leute. Wir gehen nämlich jetzt hier durch die Gasse. Irgendwo muss es einen Durchgang geben. Komm. Leute, wir müssen sie austricksen. Wir müssen sie... Nein. Nein. Hier kommt man nicht raus. Hier kommt man, glaube ich, nicht raus. Oder? Oder doch? Oder doch? Ja. Kletter da rüber. Kletter da rüber, Franklin. Yes. Wie wollt ihr mich kriegen? Wie wollt ihr mich kriegen? Ihr habt keine Chance gegen mich. Wisst ihr? Genau. Geht weg. Geht weg. Weg. Weit, weit weg. Momos. Ihr sollt einfach nur weit weg gehen. Damit wird das Problem jetzt auch aus der Welt geschafft. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist direkt... Oh nein. 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 Warum? 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 Oh mein Gott. Es ist nicht schnell. Nein. Franklin lauft nicht die ganze Zeit gegen irgendeine Parkbank. Guckt nach vorne. Guckt nach vorne. Guckt nach vorne. Okay. Okay. Ich habe jetzt eine Meute von Momos, die mich aus dem Nichts verfolgen. Irgendwie muss ich es schaffen, sie abzuhängen. Irgendwie muss es da kommen. Die nächste Horde. Na super. Toll, Leute. Ich werde komplett verfolgt gerade von Momos. Es bringt nichts, wenn ich jetzt schnell in die Emanation reingehe. Die würden mich doch sofort holen. Oder hat die Emanation gerade zu? Naja, wir gucken mal nach. Haben wir gerade Zeit? Oh, wir haben nicht viel Zeit, Leute. Der Abstand ist nicht groß genug zu den Momos. Wir gucken mal nach. Gib mir mal irgendeine Waffe oder sowas. Nein. Der Laden hat zu. Der Laden hat zu. Der Laden hat zu. Geh raus. Oh nein. Oh mein Gott. Leute. Ich habe gerade Gänsehaut. Ich muss hier weg. Irgendwie muss es eine Chance geben, wie ich von der Elbe kommen kann. Na los. Oh, da ist ein Zufallsevent. Vielleicht haben die hier eine Pistole. Komm, komm. Da. Ist ein Dieb, glaube ich. Ja, genau. Deine Brieftasche ist so wichtig. Ey, Momos. Könnt ihr vielleicht den da verfolgen und nicht mich? Wow. Das sind immer noch so viele. Nein, 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 nein. Ich hole mir den Brieftaschendieb schon. Ey, da ist ein Auto. Nein. Oh. Okay. Meint ihr, wir schaffen es, in ein Auto zu steigen, ohne dass Momo ich kriege? Komm. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Knack das Auto. 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 Jetzt fahr. 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 Okay. Okay. Alles klar. Was machen wir jetzt, Leute? Wir gehen jetzt ins Emanation rein. Hoffentlich kommt hier kein Momo oder sowas. Und holt uns. Wir gehen ganz schnell, Leute. Holen uns eine Pistole. Gön, 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 gön. Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Okay. Jetzt hier raus, 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 Leute, bevor Momo reinkommt. Franklin, lauf schneller. Lauf. Sie ist hinter uns her. Sie sind hinter uns her. Okay. Sind die immer noch hinter uns her? Ich sehe keine. Ich sehe keine, Leute. Ich sehe keine. Sind sie immer noch da? Ich glaube nicht, oder? Oh, sie sind stehen geblieben. Haha. Sie sind stehen geblieben. Oh nein. Franklin, steh auf. Okay. Bam. Bam. Warte. War hier noch eine? Zack. 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 Alter, das ist eine Horde. Das ist wie eine Zombie-Horde. Come on. Okay. Haben wir alle? Haben wir alle? Fast. Das waren, glaube ich, alle. Ich glaube, das waren alle. Oh mein Gott. Nee, da hinten ist noch eine. Da hinten ist noch einer. Das Spiel fängt langsam an zu laggen. Oh ja, da sehe ich noch eine, Momo. So. Du kriegst jetzt hier noch. Zack. Und die ist bestimmt auch dead, Leute. Die ist auch weg. Okay. Wir haben sie auch erledigt. Nice. Wow. Oh mein Gott. Wo kommt das denn jetzt her? Wow. Oh. Nein. Oh Gott. Oh. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Nein, Franklin. Nein. 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 Und. Oh. Nein, Franklin. Franklin. Geht es dir gut? Hat es aufgehört? Ich bin sehr verwirrt. Okay. Alles gut. Alles klar. Okay. Wie kann dieser Traum jetzt bitte enden? Kann dieser Traum jetzt bitte endlich enden? So. Ähm. Leute. Wir sind einfach Momo geworden. Oh mein Gott. Leute. Wenn ihr Part 3 haben wollt, smasht jetzt den Like-Button. Dann werden wir GTA 5 als Momo spielen. Wenn ihr auch Bock habt. Lasst ein Abo da. Ich werde jetzt erstmal GTA 5 schließen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut rein. Und ciao.